Endlich Urlaub, raus aus dem Alltag. Lukas kann es kaum erwarten. Jetzt sucht er nur noch den richtigen Reiseführer. Da entdeckt Lukas die praktischen E-Book-Reiseführer von Marco Polo. Die Marco Pole Reiseführer als Taschenbuch kennt Lukas schon. Insider-Tipps zeigen ihm, wo es besonders schöne Orte und Erlebnisse zu entdecken gibt. Außerdem gibt es hier alle Top-Highlights seines Reiseziels auf einen Blick. Mit Marco Polo entgeht Lukas nichts mehr. Was ist typisch? Was tun bei Regen? Wo spart man Geld? Ein E-Book-Lesegerät hat Lukas sowieso dabei. Praktisch also, wenn er sich den Reiseführer auch gleich digital holt. Das spart Gepäck und bietet ihm überdies viele praktische Zusatzfunktionen. Das E-Book kann alles, was das Buch auch kann. Und noch ein bisschen mehr. Lukas kann sich Notizen machen, Lesezeichen setzen und direkt vom Inhaltsverzeichnis in ein Kapitel springen. Außerdem kann Lukas über die Volltextsuche nach Stichworten suchen. Natürlich funktioniert das E-Book auch offline, also kein teures Roaming in ausländischen Netzen. Sogar der Reiseatlas und das Straßenregister sind ohne Internetverbindung nutzbar. Für Lukas steht fest, ein E-Book-Reiseführer kommt ab sofort immer mit in den Urlaub. Sie planen auch schon Ihre nächste Reise? Dann holen Sie sich gleich den passenden Marco Polo auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren E-Book-Reader. Das ist ein Team für Lukas. Das ist ein Team für Lukas. Dann 바로 Christian Eskoll. Das ist ein Team für Lukas.